Können Schüler aus anderen Ländern deutsche Wörter richtig aussprechen? Unser Teilnehmer Samson lässt andere Schüler aus verschiedenen Ländern das Ganze probieren. Wie sie sich anstellen und ob sie die Wörter aussprechen können, wirst du im folgenden Video sehen. Fankenwagen? Hakenwagen? Also bleib bis zum Ende dran, damit du nichts verpasst. Euer Feedback ist uns wichtig. Falls ihr Anregungen oder Vorschläge für weitere Videos habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und dann jetzt viel Spaß bei dem Video. Schmetterling. Schmetterling? Oh ja, das war ziemlich German. Es ist wie Butterfly. Oh, okay, cool. Willst du versuchen einige deutsche Wörter? Nicht wirklich, ich werde es wirklich messen. Weihnachtsbekerlei. Weihnachtsbekerlei. Ja! Ihr turn. Weihnachtsbekerlei. Ja! 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 Kind of! Und... Ich versuche, Arco-Valeno. Okay. Oh! Was? Arco-Arco-Valeno. Krankenwagen? Huh? Krankenwagen? Krankenwagen? Hakenwagen? Ja, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Okay. Oder... Straßenbahnhaltestelle? Straßenbahnhaltestelle? Straßenbahn-Reichselbälle? Straßenbahn? 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 Haltestelle? Haltestelle? Eichselbälle. Eichselbälle? Das heißt, Tramstopp oder so. Okay. Okay, okay. Say... Eichhörnchen? 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 Oh ja! No way! Whoa! Es ist nicht die erste Mal, du sagst das, oder? Ja! Das ist die erste Mal! Huh? Oh, Komplimenti? 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 Komplimente? Komplimente! 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 Oh, okay. All right. Okay! Lungomare! Lungomare! Oh no! Newtonливо! Alexa hooks... again? Ich habe noch nicht den Rest. Precipitevolissime Volmente. Precipitevolissime Volmente. Precipitevolmente. Du kannst entscheiden. Ja. Willst du auch Schüler aus anderen Ländern kennenlernen? Dann plane schon jetzt deinen Auslandsaufenthalt. Melde dich telefonisch unter der jetzt eingeblendeten Nummer für ein persönliches Beratungsgespräch. Um weitere tolle Erfahrungsberichte zu sehen, klicke auf die angezeigte Playlist und um den Kanal zu abonnieren, kannst du jetzt auf das Logo klicken. Wir freuen uns schon auf dich. Dein Team von Kulturwerke Deutschland.